Ein Fels im Kornfeld, das ist immer leer und glaubst, dass WLAN gibt noch irgendwas her, hab keine Power und mir fehlt der Saft, wenn ich surfe. Ein Fels im Kornfeld, hat schon wieder mit Strom, so ein Blödsinn, wer braucht denn das schon? Ein Fels im Kornfeld, lass die Liga und geh enttäuscht nach Hause.